Die Sendung wird auf meiner Homepage www.dastridluling.lu gesehen. Die Kerstin von der Juli-Pleinärsetzung vom Europäischen Parlament zu Strasbourg, die lässt von der Sommervakanz, hat eigentlich doof Sehnen vom Pack über die Gouvernance-Ökonomik, die noch Six-Pack genannt wird, soll es sein. Die äußerst kraft Krise in Griechenland, Zweifel in Portugal, Irland, Asponien, wir nehmen die zu nennen, hätten Low sicher eine Koordinierung von Europa auf diesem Gebiet gefordert. Leider werden wir nicht in keiner Zeit verlieren. Eine Krisenzeit hat die Zeit ganz teuer. Das tun wir an der jüngsten Vergangenheit festgestellt. Eine Ähnlichkeit. Man kann die Finanzministerin zusammensitzen, mit auch politischen Kalkülen von einzelnen Zaubermeistern bringen uns aber an Tannertreffen. Worum geht es eigentlich an diesem Debat? Wo leihen Divergenzen und Schwierigkeiten? Lass uns die Situation einfach wieder erklären. Die Pack über die Gouvernance-Ökonomik als wichtigste Teil der Antwort der Eurozone auf die generelle Krise, besonders von der Staatsverschuldung. Die Staaten haben beschlossen, ein Rettungsschirm anzusetzen, die fragilisieren die Staaten, die denen in der Term greifen sollen. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt als eine Adaptation von der Gesetzgebung, weil Jüdere kommt feststellen, dass der Stabilitätspakt wenig angehört wird. Und dass man also mehr Automatismus braucht, um zu garantieren, dass die festgeschritte Regeln auch richtig angehört werden. Bis dann wäre es nämlich so, dass die Länder die Judierpartie wären, wo die Länder oder mehr Länder, wo sie gesehen haben, gegen den Stabilitätspakt, da kommt der Kanzel, wo das Land oder die Länder dann dabei sind, sich am Fonds selber die Absolution geben. Das ist ganz flagrant 2003 geschickt, wie Deutschland an Frankreich, auch mit der Hülle von Lütze, wo es leider das Geduld vergisst, dass sie die Idee tun, Frankreich und Deutschland nicht zu bestrofen, weil sie aber zu viel Defizit an zu viel Schuld gemacht hatten. Mit der Finanzkrise und mit der Krise von der Staatsverschuldung hat das Problem des Budgetsdefizits an den EU-Staaten viel mehr akut gegeben. Die desolate Finanzsituation von Griechenland hat so unbezweifeltes Resultat von einem totalen Laxismus. Und dafür geht es nicht, dass es dafür zu suchen, dass die Länder, die eine gemeinsame Währung teilen, sich auch in eine gemeinsame Disziplin zu haben. Sonst kann das ganz nicht funktionieren. Mit neuen Konzepten von der Majorité Califié renversé, die mir vorliegt, kämen mit dem Automatismus viel mehr. Die Regel gibt nämlich bedeuten, dass die Decision, ein Land zu verwarnen, weil es zu viel Schuld gemacht hat, automatisch fällig wird, dass eine qualifizierte Majorität von den EU-Staaten sich dort ausschätzen. Die Mechanismus wird also umgedreht von Loh und Decision als fällig, außer eine Majorität als der Gendt. Bis Loh hat eine Decision recht da fällig, wenn sie eine Majorität findet. Das Europäische Parlament hat mit so einem Konzept mit der Majorität in Versailles verstanden, weil viele von uns eine Garantie für mehr Disziplin sind. Monberstaaten, Frankreich und ich der Stelle, die blockieren aber am Ministerrat, weil sie sich das Heft nicht wollen, aus der Hand zu lassen. Der Moment, als kein Akkord auf diesem Punkt zu fanden, trotz Ausstrengungen von beiden Seiten, keine Situation, an der wir aus dem Moment befanden, als aber nicht nehmen, ob ein Desakkord zwischen den Institutionen zurückzufeiern, politische Divergenzen spielen noch eine maßgebliche Rolle. Ganz oft ist es so, dass Direktiven von großen Majoritäten, Direktiven am Europaparlament, von großen Majoritäten von Deputaten auch geholfen. Das Europäische Parlament hat stausch von den Kompromissen mit denen Christdemokraten und Sozialisten und die Liberalen leben können. Bei der Reform vom Stabilitätspakt leihen Divergenzen aber zu viel weit aus ernehmend zwischen den Fraktionen, der Europäische Volkspart, bei den Liberalen und den Konservativen. Die sind der Meinung, dass die Politik von den Defiziten mittelfristig gibt es für unsere Ökonomien. Aber die Sozialisten, die Kringen, sind der Meinung, dass egal wie, und egal wie nie, kein Mensch mit der Polizei hat gegen das ist, dass der Staat durch sein Defizite die Wirtschaft aufkübeln kann, damit er im Fonds die Wurstung direkt steuern kann. So eine Fundamentale Differenz als nicht zu überbrechen. Immer nähen sind die Sozialisten die erforderliche Disziplin durch neue Ideen zu kontrakarieren. Die Kringen wären böse, mehr raisonnabel, wollten sich aber der Majorität nicht ausschließen. Berichte vom SIGS-Pack gaufen also nicht mehr von einer kleiner Majorität am Europäische Parlament gedrohen. Hauptsächlich also aus der Europäische Volkspartei an der liberalen Krise, da kommt aber der Präsident von der liberalen Fraktion ans Spiel, den Ex-Premier von der Belgien, Wer hoffst das, den Ex-Premier als bekannt, für schlau zu manövrieren, an den Hut da für eine letzte Minute der Europäische Volkspartei, heisst der Rick gedreht, für als Hardliner abzutreten, dessen Alleingang dürfte aber gravierende Konsequenzen wohl takterieren, an politische Spieler an dieser Situation, die man lachen und kennen, gau nicht aufgericht sind. Staatstrahend, als so ein Beholen, gewiss nicht. An wann ist davon ausgehen, dass am September endlich eine Solution von Gott gehen, wann das soll der Fall sein, dass sie nach warum drei Meint verlohen. Ja, Europa als ein schweres Pflaster wieder verlangte, ein unendlich Geduld wäre. Dafür muss man auch gucken, wem wir an diesem Dossier weiterkommen am September. Wir haben gesagt, dass es gut, dass die Zeit verloren gegangen ist, und das ist besonders die Mehrwertaufstattung schuld. An der Plenärsession zum Stoß vom 4. bis 7. Juli, da hatte ich auf Wunsch von den Wünsern, das habe ich ein bisschen mehr freilich, aus verschiedenen Regionen eine Pressekonferenz organisiert, für ihre Gelegenheit, eine Tribüne zu gehen, für ihre Suche über die Zukunft ihrer Betriebe, von den Europadeputierten durchzulegen, von der Presse. Weil Ministern, die haben 2000 Jahre am Kader von der Reform von der gemeinsamen Mehrwertung für Wein beschlossen, Pflasterrechte zu liberalisieren. Besonders finden sie aus der Champagne, der Meils aus Deutschland, von der Europäischen Union, von der Europäischen Union, die haben noch die Produkte mit der Europäischen Union, was mir erlebt, als Präsidentin von der Gruppe Wein, eine sehr große Degustation an Parlaments organisieren, die auf wunderbar bezicht waren. Wir brauchen eine Zustimmung von einer großen Majorität von Europadeputierten für die EU-Kommission dazu zu bewegen, dass sie eine Proposition für die liberalisierung von der Planzerrechte rechtgängig zu machen. Weil das riskeert, dass kleine und mittelwünsterbetriebe nicht mehr geht und industrialisiert weil wir die Produktion an Europa auch kommen als sie nicht überleben können. Seit Meent sind wir am Europäische Parlament am Gang, der Magrach-Kommissar zu tun und zu motiveren, dass sie da so eine Verschlag soll machen. Den 23. Juni, haben wir an diesem Bericht über zukünftig gemeinsame Agrarpolitik eine Resolution zugestimmt, wo diesen Abruf unten Herr Ciollos auch festgeschrieben hat. Der Wissen steht der Tropfenhöl den Stein und dazu wird auch das Manifestation am Europäische Parlament beigedrohen. Und ich will auch dass wir auch schon darauf hinweisen dass am 22. Juli am Weibau-Institut zu Riemisch ein grenzüberschreitendes Manifestationen ein Seminär eigentlich ist mit den deutschen und franzischen Wien-repräsentanten also von diesen professionen und das machen wir über das Resultat von der Wien-Märtreform von 2008 und dort die ganze Problematik von den Pflanzenrechten aber auch von der Etikettierung diskutiert. Das Event wird organisiert vom Informationsbüro vom Europäischen Parlament zu Lützebüchern zusammen mit den Europadeputaten aus der Großregion die Mitglieder der Agrarkommission Sie meine Kollegin Christa Klaas von der Deutschen Mosel war auch dabei. Über die Plenärsession die am Juli zu Strasburg war nach viel zu berichten und das kann ich heute nicht alles abschaffen. Wir sind nach Zeit zu informieren über einen Dossier die zu Strasburg und der Dijur stungen. Merci dass Sie mal nachgelaufen. dazu da bis geschwöln. ein Dissue das Vielen Dank.